Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Die 9 am Mainz. mit unserem Team, wie immer natürlich, von unserem Cheftrainer Freeti! Oh, der erfolgte Mannschaft für heute nominiert für das Sorte 30, Raphael! Dann sind wir mit der Nummer 3, André! E-Nummer 5, Kahn! Mit der Nummer 6, Florian! Nummer 7, unser Kapitän, Oliver! Mit der Nummer 9, Benito! Die 15, Lukas! Mit der 21, Emil! Die 31, Marcel! Mit der 33, Kakashi! Und die 39, Schum! Mit der 13, Schum! Die 38, Schum! Mit der 13, Schum! Mit der 14, Schum! Mit der 14, Schum! und Kinder von Fortuna Kids Club anmelden. Dann sind sie zum nächsten Mal vielleicht noch mit dabei. Wirken den Spitznamen Mr. Fortuna, mehr als wirklich verdient. Seine Zuverlässigkeit und sein tiefgürtiger Humor waren dabei seine Markenzeichen. Viele echte Freunde wusste er stets um sich zu schaffen, wie man auch bei seiner Beerdigung am Montag sehen konnte, an der auch viele Größen des Sports und des Belauftums Abschied von ihm haben. Fortuna Düsseldorf verneigt sich vor Werner Fassbender. Der Verein verliert mit ihm einen großartigen Mitschleiter und Freund. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Fortuna wird ihm stets ein ehemalester Denken bewahren. Dllo, Dllo! 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 Tore zu Tore! Flusssor ist es! Tore zu Tore! Mischemann zwei Minuten sind gespielt! Und schon heißt es Tore! Tore! König und Tore! Der Torstädte! Ticket 21! Vier mehr! Tore zu Tore! Tore zu Tore zu Tore! Applaus 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 Applaus